Alfred Wietzorek ist ein deutscher Archäologe und Theologe. Wietzorek ist Generaldirektor der Reisengelhorn-Museen in Mannheim. Leben. Sein Studium in Frankfurt am Main, München und Mainz in den Hauptfächern Vor- und Frühgeschichte und Evangelische Theologie im Doppelstudium sowie den Nebenfächern Geschichte, Kunstgeschichte und klassische Archäologie schloss er 1984 mit der Promotion ab. Es folgten Tätigkeiten als wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der römisch-germanischen Kommission des Deutschen Archäologischen Instituts in Frankfurt und am Ökumenischen Institut der Universität Heidelberg. An dieser Universität wurde er 1986 zum Gründungsgeschäftsführer des Internationalen Wissenschaftsforums berufen. Nachdem Wietzorek seit 1990 für das Reismuseum Mannheim als Leiter der Archäologischen Denkmalpflege und der Zentralabteilung Ausstellungs- und Öffentlichkeitsarbeit sowie Museumspädagogik tätig war, wurde er dort 1994 zum stellvertretenden Direktor und wissenschaftlichen Direktor berufen. 1999 folgte als Nachfolger von Karin von Welt die Ernennung zum leitenden Direktor der Museen, die am 25. Oktober 2001 in Reisengelhorn-Museen umbenannt wurden. In seiner Funktion als Direktor des Museums initiierte Wietzorek in internationaler Kooperationen mit anderen Museen, Universitäten und weiteren Institutionen zahlreiche Ausstellungen. Seit 1993 ist Wietzorek im Ehrenamt geschäftsführendes Vorstandsmitglied der Deutschen Verbände für Altertumsforschung. Von 1993 bis 2004 war er geschäftsführender Vorstandsvorsitzender des Schuldträgervereins der Evangelischen Landeskirche Baden und der Stiftung für das private Johann Sebastian Bach Gymnasium in Mannheim. Von März 1999 bis 2008 war er Vorstandsmitglied im Museumsverband Baden-Württemberg und seit Juni 2002 ist er Vorsitzender des West- und Süddeutschen Verbandes für Altertumsforschung. 1998 berief ihn die Fachhochschule für Technik und Wirtschaft Berlin für das Fach Museumsgunde und Restaurierung zum Honorarprofessor. Zusätzlich wurde Wietzorek im Dezember 2013 zum Professor des Landes Baden-Württemberg ernannt. Seit 2002 ist er Vorstandsvorsitzender der Kurt-Engelhorn-Stiftung für die Reis-Engelhorn-Museen. 2008 folgte die Gründung der Bassamann-Kulturstiftung, deren Vorstandsvorsitzender Wietzorek ist. Im Jahr 2013 brachte die Gründung der Brombeeren-Stiftung für die Reis-Engelhorn-Museen die Verdoppelung des Stiftungskapitals. Auch in dieser Stiftung ist Wietzorek der Vorstandsvorsitzende. 2008 sollte er als Präsident des Niedersächsischen Landesamtes für Denkmalpflege seine Tätigkeit aufnehmen und 2009 wurde er als zukünftiger Generaldirektor in Köln gehandelt. In beiden Fällen verzichtete er aber und wurde Generaldirektor der neu strukturierten Museumslandschaft um die Reis-Engelhorn-Museen. 2011 wurde Wietzorek zu einem der vier Vizepräsidenten des Deutschen Verbands für Archäologie gewählt. Alfred Wietzorek ist seit 1979 mit der Theologin Ulrike Link Wietzorek verheiratet.